Ich finde es cool von Fritz, dass er da so eine Ansage gemacht hat, beziehungsweise ein Statement abgegeben hat. Ich finde es aus zwei Dingen Mist, was da gelaufen ist. Einmal fühlt es sich nicht an wie, wow, das ist jemand, der genauso ein Teamplayer ist wie alle anderen, sich freut auf das Projekt, voll unterstützt mit solchen Aktionen und diesen anderen Kleinigkeiten. Und das andere ist halt einfach so, wie die Erzählungen sind. Wenn es so gelaufen ist, geht es halt gar nicht klar. Geht es halt gar nicht klar. Ich kann nicht verstehen, dass sie vielleicht auch ein bisschen vermannt waren von der Situation. Anscheinend ja nur ein paar Stunden gewesen das Ganze. Ist heftig. Ist heftig und bin mal gespannt. So wirkt das für mich wie, so ein Typ gehört nicht ins Fernsehen. Egal wie cool er da draußen ist.